Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Tutorial. Ich bin Barbara, ich bin Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr aus einem Netzwerk von Einzelübertragungsfunktionen durch Vereinfachen des Netzwerkes eine einzige Übertragungsfunktion bekommt. Wir bewegen uns also hier alleine im sogenannten Bildbereich und der Vorteil ist also der, dass die Mathematik dahinter relativ einfach ist zum Beispiel, wenn zwei Blöcke parallel zueinander liegen, dann werden die Blöcke beim Vereinfachen einfach addiert. Oder ein anderes Beispiel, wenn die Blöcke hintereinander liegen, wenn wir also eine Reihentscheidung haben, dann werden die beiden Teilübertragungsfunktionen einfach miteinander mal genommen. Sie werden also multipliziert. Das ist also das Schöne daran. So, wir haben also folgendes Beispiel. Wir haben folgenden Wirkungsplan. Und wir haben jetzt hier zwei Signale, die auf das System einfließen. Und zwar einmal das normale Signal wie von S und ein sogenanntes Störsignal Z von S. Und gesucht ist jetzt hier die Störungsübertragungsfunktion GZ von S. Die ist gegeben durch das Ausgangssignal X von S dividiert durch das Eingangsstörsignal Z von S. Wir setzen also hierbei das normale Eingangssignal W von S gleich 0. Wir können es also im Folgenden einfach wegstreichen. So, das haben wir jetzt mal gemacht. Und das, was jetzt hier noch übrig bleibt, ist diese ehemalige Additionsstelle. Von dem Zweig unten her kommend steht da hier ein Minus dran. Und wir ersetzen jetzt diesen Rückstand einfach durch einen Teilübertragungsblock, wo eine Minus 1 drin steht. Dann können wir nämlich im Folgenden einfach diesen Block ganz normal handhaben mit der Blockschaltbild-Algebra, wie wir es ja gewöhnt sind. Jetzt gucken wir uns mal das nächste Konstrukt hier an, und zwar das hier. Das ist eine Parallelschaltung. Man muss hier mal so ein bisschen aufpassen, weil man fixiert den Blick immer gerne auf den unteren Zweig und sieht, aha, hier geht ein Pfeil zurück und da steht ein Minus dran. Und da sagt man immer schnell, ah, Rückkopplung. Hier ist das aber keine Rückkopplung, weil sowohl die Pfeilrichtung oben als auch unten in die gleiche Richtung weisen. Hier ist das also von rechts nach links. Oft ist man das so gewohnt, gerade wenn man neu ist mit dieser Thematik, dass erstmal die Parallelschaltungen alle von links nach rechts aufgezeichnet sind. Also da immer besonders achtsam sein. So, wir fassen das also parallel zusammen. Hier unten in dem Zweig steht nichts drin. Das heißt, wir ergänzen jetzt einfach erstmal da einen Block, wo eine 1 drin steht. Und dann dürfen wir einfach beide Blöcke addieren, beziehungsweise hier werden sie subtrahiert, weil wir hier keine Additionsstelle haben, sondern eine Subtraktionsstelle. Also wir haben dann also G2 minus 1. Jetzt können wir im Folgenden diese beiden Terme zusammenfassen. Die liegen nämlich in Reihe. Das heißt, wir dürfen sie einfach miteinander multiplizieren und kommen dann zu 1 minus G2. Ja, was uns jetzt im Folgenden ziemlich stört, ist diese Geschichte hier oben. Da haben wir nämlich eine Verzweigungsstelle neben einer Additionsstelle zu liegen. Und das ist insofern ungünstig, als man diese beiden weder miteinander verbinden kann, noch darf man sie vertauschen. Das heißt, das Einzige, was für es also übrig bleibt, ist, diese Additionsstelle hinter den Block G1 zu legen. Das machen wir mal. Und wir sehen jetzt, dass sich der Block G1, hinter dem wir ja gelegt haben, sich ja oben in diesen Eingangszweig von Z hineintransformiert hat. Ja, warum ist das so? Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Da sehen wir ja, wir verschieben von hier nach hier. Und vorher ist also das Eingangssignal Z von S, das kommt hier rein und läuft durch den Block mit G1. Und damit die Information der Verknüpfung von Z, S und dem Block G1 erhalten bleibt, müssen wir bei dieser Operation das G1 hier oben in diesen Eingangszweig reinbringen, weil sonst wird es ja fehlen. Da wird was einfach an Informationen einem abhanden kommen. Ja, das sieht doch jetzt schon mal sehr gut aus. Nun, jetzt können wir nämlich diese beiden Additionsstellen, die dürfen wir vertauschen. Wir haben hier wohl ein Vorzeichen dran stehen, es ist in beiden Fällen ein Plus, es sind Additionsstellen. Das Plus steht einfach nur nicht dabei, der Einfachheit halber, das ist ja oft so. Wenn jetzt hier irgendwo ein Minus dran stehen würde, dann müsste man das Minus an der betreffenden Stelle beim Vertauschen mitnehmen. Das haben wir jetzt hier nicht, aber das nur so am Rande, weil sowas kommt bestimmt bei euch irgendwann mal vor. So, wir vertauschen das jetzt mal. So, das haben wir jetzt gemacht. Und der Vorteil ist jetzt der, dass wir jetzt nämlich diesen Teil der Schaltung parallel zusammenfassen dürfen. So, das hätten wir vorher so nicht gedurft. Einfach aufgrund dieser verschränkten Situation. So, beide Pfeile gehen von links nach rechts. Und wir haben also G1 plus 1. Diese beiden liegen in Reihe. Das heißt, wir dürfen jetzt beide Terme miteinander multiplizieren und zu einem Block zusammenfassen. So, das haben wir jetzt mal gemacht. Das kann man jetzt entweder so stehen lassen, man kann es aber auch ausmultiplizieren. Das tun wir jetzt einfach mal und bekommen dadurch diesen Ausdruck. Jetzt ziehen wir dieses Störsignal Z von S auf die linke Seite, damit das Ganze so ein bisschen mehr aussieht, wie wir das gewohnt sind. Das heißt, links kommt ein Signal rein und rechts kommt es wieder raus. So, das sieht doch jetzt schon sehr harmonisch aus. Und hier haben wir eine Gegenkopplung. Warum Gegenkopplung? Weil die Pfeilrichtungen im unteren und oberen Teilbereich im Gegengesetz verlaufen. Also klassische Gegenkopplungen, die fassen wir zusammen durch 1 dividiert durch 1 minus diesen Klammerausdruck aufgrund des Blockes in dem Gegenkopplungszweig. So, die 1 hier oben, die kommt daher. Die kommt also von dem oberen Hinnzweig. Die hier ebenso. Und hier stelle ich jetzt ein Minus dran. Die Minus deshalb, weil der Gegenkopplungszweig, der läuft rein und da hat man eine Additionsstelle. Und wenn man eine Additionsstelle hat, dann steht hier immer ein Minus. Also es ist praktisch immer umgekehrt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt können wir noch ein bisschen aufräumen. Das heißt, wir machen 1 minus 1 gibt 0. Und das Minusvorzeichen multiplizieren wir in die Klammer rein. Das heißt, die Terme in der Klammer erfahren alle eine Vorzeichenumkehr. Aus Plus wird Minus. Und dann haben wir also 1 durch Minus G1 plus G1 G2 plus G2. Jetzt haben wir es fast geschafft. Die beiden Terme liegen in Reihe. Wir dürfen sie also als Reihenschaltung zusammenfassen, also multiplizieren. Wir multiplizieren also G1 mit diesem Gesamtterm. Praktisch sieht das dann so aus, dass die G1 hier einfach mit dem Zählerterm multipliziert wird. Also G1 mal 1. Das heißt, dieser G1-Ausdruck landet jetzt hier im Zähler. Ja, jetzt sind wir auch schon fertig. Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Übertragungsblock. Und das ist unsere gesuchte Störungsübertragungsfunktion GZ von S. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas zu dieser Thematik weiterhelfen. Tschüss.